Hallihallo meine Freunde Willkommen zu einer sehr traurigen Runde Factions auf CosmicPVP.com Ja, es ist passiert, unsere Faction wurde graded und es ist halt echt alles weg. Also wir haben gerade, beziehungsweise ich hab gerade überhaupt nix mehr, so. Das einzige, was wir hier noch haben, sind vier Blaze Spawner, vier Cave Spider Spawners und auch die waren weg. Unsere ganzen Trichter sind weg, unsere drei Iron Golem Spawner, die fast 50 Cave Spider Spawners sind weg. Und das Beste ist, als ich draußen die Region Wall gebaut hab, bin ich gestorben mit meinem Godgear an Fallschaden. Und das Zeug ist in Lava verbrannt, damit auch unsere letzten Eimer. Das heißt, ich würde auch die Region Wall nicht mehr fertig kriegen. Das einzige, was wir wirklich noch haben, ist das, was hier in der PvE 1 ist. Das ist diese ganze Crab Rüstung. Und mehr haben wir nicht. Ansonsten hier das eine Stück Region Wall, was ich gebaut hab, das funktioniert schon ziemlich gut. Die anderen Stücke Region Wall wollte ich eigentlich fertig bauen, heute, bevor ich das Video aufgenommen hab. Aber das funktioniert nicht. Hier seht ihr, hab ich auch schon teilweise befüllt, aber weil die Lava und so fehlt, funktioniert das nicht. Und ich hab auch kein Eisen mehr und kein Money mehr, um den Eimer zu kaufen. Und darum überlege ich, ob ich das mit dem Faction-Server hier sein lasse, ob das überhaupt noch was wird. Ich meine, abgesehen davon, dass ich irgendwie seit drei Wochen, vier Wochen nichts ordentliches mehr aus den Envoys bekommen hab. Und wir ständig nur geradet werden und irgendwie nichts Geiles mehr kam. Ja, ob ich einfach, ob ich mit Factions aufhöre und irgendein anderes Projekt mach, ich weiß nicht. Schreibt mal in die Kommentare jetzt, was ihr euch wünschen würdet als neues Projekt. Oder vielleicht ein anderer Faction-Server, der ein bisschen geiler ist, wo auch das Sucht-Level irgendwie ein bisschen höher ist. Denn auf diesem Server macht es halt gerade echt keinen Spaß. Echt gar keinen Spaß, also. Ja, man verliert ständig alles, dann bekommt man nichts ordentliches mehr. Also man macht praktisch nur noch ein Minus und bekommt nichts Geiles mehr. Und das ist echt mies. Ich tinker hier mal noch schnell diese ganzen Bücher durch. Hier ist bestimmt auch noch was. Hier, ihr seht auch, in den ganzen Kisten ist nur noch der Crap drin und das, was sonst niemand braucht. So, hier, das ganze Zeug tinkere ich jetzt durch und dann guck ich mal da hinten. Wir hatten hier auch mal so eine Kiste, da war super viel Dust drinne hier. Der ist auch alles weg. Mann. Oh, die hab ich noch gar nicht geöffnet. So. Brauch ich das? Schlecht. Schlecht. So. Oh, ich hab einen Dust bekommen. Okay, ich hab einen guten Dust bekommen. Ein Unique, der ist relativ gut. Okay, also wir haben jetzt hier Unique, Simple Plus 1, also Unique Plus 10, Simple Plus 7, Unique Plus 1 und Simple Plus 4, also so 1, 2, 3, 4, 7, 10 und ganz viel Mystery Dust. Und jetzt, Yippie, wir haben aber immer noch nichts anderes Ohr, der Donner, der ist ja böse. Okay. Ähm, ja, deswegen, ich hab keinen Plan, was ich jetzt machen soll, denn ich hab weder gutes Equipment noch gute Waffe. Also, ich kann hier praktisch auf dem Server gerade nichts mehr machen. Deswegen auch beim Spawn kann ich mal gucken, äh, wann das letzte Envoy war. Ich denke, es ist aber nicht so lange her. Darum, ja, schreib mir mal in die Kommentare, was ich alternativ zu Factions machen könnte, denn ich hab gerade echt keinen Bock mehr auf diesen Server. Also, ähm, ich lese dann mal die Kommentare, äh, bring heute auch noch ein anderes Video hoch und, ja, wir sehen uns dann. Bis denn, ciao, ciao.